Hallo, hallo, hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei The Dick. In der letzten Folge haben wir uns hier mit Maggie unterhalten, aber Maggie hat nicht viel Neues zu sagen. Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften, manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unserer dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Ja, sie hat nicht viel Neues zu sagen. Aber ich habe mir gedacht, ja, wir schauen uns nochmal die ganzen Displays an. Vielleicht verstehen wir jetzt inzwischen durch die ganzen Räume und Inseln, die wir aufgedeckt haben, was die Displays uns sagen wollen. Okay, das sind die Bombenkanister. Den haben sie an einem Felsen angebracht. Der Fels ist explodiert. Und dadurch haben sich Eingänge und Höhen in den Fels gesprengt. Cool, cool, cool. Cool, cool. Okay, das sind die Lebenskristalle. Deren Inhalt auf den Toten übergossen wird. Dann passiert etwas auf molekularer Zellebene. Und der verwirrste Tote ist plötzlich wieder frisch. Coole Sache. Hopp. Untertitelung des ZDF, 2020 Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Keine Ahnung, das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden, was uns dieses Display sagen will. Das ist das Display, was ich meinte. Mit der Kristallinform, die über der Hauptinsel schwebt. Ich glaube, dass wenn wir alle Strahlen aktivieren, also alle Lichtbrücken, dann sollte irgendwas passieren mit dieser Kristallsphäre. Jetzt nur meine Theorie. Genau, hmm. Okay, dann gehen wir mal nach draußen und Museumsinsel, Karteninsel, Gruftinsel, einfach nur Insel. Ich gehe mal zu einfach nur Insel. Plateau. Da waren wir schon, da war ja dieses komische Vieh. Diese Ratte, aber vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich schaue mir jetzt alles nochmal an. Ich benutze nochmal meinen Kompass. Es zeigt nach rechts. Wohin zeigt der Kompass jetzt? Es zeigt nach rechts. Okay, okay. Das zeigt immer noch auf diesen... Irgendwo ist ja das Vieh mit dem... ...den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. ...mit dem Halsband. Aber wir gehen nochmal da in die Tür rein. Wir drücken mal den Knopf. Nichts passiert. Mattes Licht. Ich kann nach draußen sehen. Hä? Was ist das zum Teufel? Ähm. Ähm. Was macht das dann? Nein, warum geht die Tür zu? Er hat das Teil doch nicht schon wieder gestohlen, oder? Ich bin hier drin gefangen. Ähm. Das soll den kleinsten Mond dieses Planeten repräsentieren. Das ist ein Abbild vom größten Mond dieses Planeten. Sie stellt einen Planeten und seine Monde dar. Es ist die Decke dieser Kuppel. Aber mal ernsthaft. Es ist die Decke dieser Kuppel. Wie hätte ich darauf kommen sollen, dass, äh... ...dass ich die Leuchtkristalle... ...mit der Decke der Kuppel, also dieses Raums, verwenden soll? Also, das war für mich jetzt absolut nicht klar. Ich meine, das war jetzt nicht so der logische Gedanke, der sich mir erschloss. Benutzt den Leuchtkristall mit mattes Licht an der Decke? Nee, ich dachte... ...so ähnlich wie die Leuchtstäbe, dass es dafür irgendwo eine Konsole gibt, mit der ich irgendwas machen kann. Es ist die Decke dieser Kuppel. Äh... Okay. Okay. Amen. Ah, will ich dich hinhaben, glaub ich. Dann guck ich noch mal, ob ich hier irgendwie was abspielen kann. Ha, die Steuerung auf dieser Seite funktioniert noch. Hab hier jetzt irgendwas verändert? Ist jetzt irgendwas passiert? Ich glaub, ich hör irgendwas anderes. Die Lichtbrücke ist aus. Nee, die ist an, die ist an. Okay, sah nur grad so aus. Ähm. Nee, äh. So wähle wollte ich gar nicht. Kann ich irgendwo sehen, ob das jetzt was gebracht hat? Und was das gebracht hat? Wobei, nee, ich geh noch mal zurück. Äh, ich geh mal auf die... Über die, äh, Lichtbrücke. Zur Kristallform. Museumsinsel. Nee. Irgendwo... Okay, das war's, das... Wetter hat sich verändert. Wir gehen noch mal hier runter. Hm. Ich wüsste echt sehr gerne... Was wir jetzt machen müssen. Okay, nee. Haben wir schon alles genommen. Hier gibt's nix. Planetariumsinsel. Gruftinsel. Karteninsel. Wir gehen noch mal in den Raum da. Und experimentieren mal, was wir da machen müssen. Vielleicht haben wir's auch schon gemacht. Ich weiß es nicht. Und wissen nur nicht, wo jetzt, äh... Mondkarte. Sie stellt einen Planeten und seine Monde dar. Vielleicht ist es dieser Planet. Sie stellt einen Planeten und seine Monde dar. Vielleicht ist es dieser Planet. Wir benutzen noch mal unseren... lustigen... Unser lustiges Zepter. Äh. Äh. Haben wir sonst noch? Wir haben nur die beiden. Das Goldzepter und das Silberne. Das für mich jetzt aber eher blau ist. Äh. Äh. Hm. Hm. Oh. Es klingelt an der Tür. Ich mach mal einen kurzen Cut. Die DHL ist da.